Hallo, ich bin Oliver Grundmann, ich komme aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Hamburg, Stade heißt die, und ich bin der Erste in meiner Familie, der studiert hat. Mein Vater war Klempner, meine Mutter Krankenschwester, die hat aber aus gesundheitlichen Gründen später als Putzfrau gearbeitet und ich komme aus einem kleinen Stadtteil, der früher ein ziemlich verruchendes Quartier bei uns war. Da ist keiner zum Gymnasium gegangen und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass irgendeiner ein Studium aufgenommen hat. Ja und mein Weg war davon geprägt, dass meine Eltern mir unheimlich viel Liebe geschenkt haben, aber mir so im Bereich der Bildung nicht das vermitteln konnten, was vielleicht wichtig gewesen wäre. Fremdsprachen zum Beispiel, das sind Dinge, die konnten meine Eltern überhaupt nicht. So und so begann dann auch mein Bildungsweg damit, dass ich erst eine Hauptschulempfehlung hatte. Mein Bruder ist da auch hingegangen. Ich bin dann allerdings zur Realschule gewechselt, habe dort den Realschulabschluss absolviert. Dann bestand erstmal so der Wunsch, eine Berufsausbildung zu machen. Darin haben mich meine Eltern auch sehr stark darin bestärkt, dass ich erstmal was Anständiges und Ordentliches lerne. Ja, eine Berufsausbildung als Chemielaborant habe ich dann begonnen und gleichzeitig, da war ich so 16 Jahre alt, habe ich angefangen mich politisch zu engagieren. Ich bin da eine Jugendorganisation eingetreten, die Junge Union und dort haben wir nicht nur geredet, sondern wir haben vor allen Dingen angepackt. Das war so auf dem Dorf, da haben wir Osterfeuer gemacht und wir haben so Mülltonnen, Komposttonnen verteilt. Ja, das waren so meine ersten Begegnungen mit der Politik. Und so richtig, ja, für Politik habe ich mich dann erst erwärmen können, als was ganz Tolles, was ganz Großartiges passiert ist. Vor vielen Jahren ist dann, Deutschland bestand aus zwei Teilen, ist die Mauer gefallen. Ja, und in dieser Zeit des Umbruchs hatte ich das große Glück, dass ich häufig in die frühere DDR gefahren bin und ich habe dort auch bei Volkskammerwahlen bei dem Wahlkampf dort mitgemacht und den Menschen erklärt, wie Demokratie, wie das mit Meinungsfreiheit, wie das all mit diesen Dingen funktioniert. Da war ich gerade mal 18 Jahre alt. Ob das alles so richtig war, was ich da erklärt habe, das sei mal dahingestellt, aber ich konnte jedenfalls Menschen von etwas begeistern bzw. ihnen was vermitteln, was sie überhaupt nicht konnten. Und ja, das hat mich total aufgewühlt, diese Zeit. Da bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, Mensch, ich möchte noch irgendwie einen Schritt weiter gehen. Und ja, habe mich dann dazu entschlossen, das Abitur über den zweiten Bildungsweg mir zu erschließen. Und meine Eltern haben mich erst fragend angeguckt, aber haben gesagt, okay, wenn du das dir wirklich willst, vorstellen kannst und wenn du das wirklich willst, dann unterstützen wir dich auch dabei. Dann habe ich mich da durchgekämpft, drei Jahre auf dem Wirtschaftsgymnasium. Anschließend bin ich zwei Jahre zur Bundeswehr gegangen. Da habe ich den großen Teil meines Wehrsoldes beiseitegepackt und habe dann im Anschluss ein Jurastudium begonnen, Rechtswissenschaften studiert, das auch erfolgreich zum Abschluss gebracht. Bin dann anschließend in einem mittelständischen Unternehmen gewesen. Erst war ich Justiziar, später hatte ich die Chance, dort in die Geschäftsleitung aufzusteigen. Bin Geschäftsführer geworden, habe ein Unternehmen dort aufgebaut, hatte die Chance, dort Mitarbeiter anzuleiten. Ja, und heute bin ich hier Bundestagsabgeordneter, wurde vor drei Jahren gewählt und darf voller Stolz hier die Menschen in der Region in meiner Heimat vertreten. Und den Weg, den ich jetzt genommen habe, der ist im Grunde sinnbildlich für unser Land. Wir haben ein unheimlich tolles Land, wo man riesengroße Chancen hat, wenn man an sich glaubt, wenn man den Mut hat, die Ärmel hochkrempelt und ja, seinen Weg zielstrebig verfolgt. Und auch wenn man mal auf die Nase fällt, das ist mir auch passiert, ist nicht immer alles glatt im Leben gelaufen. Ich bin auch einmal durchs Examen gefallen, bin ich einfach wieder aufgestanden und habe das gepackt. Und ich habe auch einmal versucht, eine Doktorarbeit zu beginnen. Das war mir dann nachher zu theorielastig, das habe ich auch beiseite gepackt. Aber ich bin einen erfolgreichen Weg gegangen und das kann man in Deutschland schaffen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn auch du an dich glaubst, dann hast du alle Möglichkeiten hier eine ganz tolle Zukunft zu nehmen und das wünsche ich dir.